Nordseezeitung Online schweift so ein bisschen ab. Wir gehen in Richtung Sommerzeit, Urlaubszeit. Viele von euch fahren weg in den Süden, steigen in den Flieger, vielleicht auch mal nach Amerika oder, wer es ein bisschen cool mag, nach Norwegen in die Fjorde oder zu den Fjorden. Aber Sommerferien heißt immer auch Sommerzeltlager. Kennt ihr das noch? Das ist so ein Relikt aus alter Zeit, wird aber immer noch angeboten und das hört sich total spannend an. Sommerzeltlager mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, auch hier angeboten in Bremerhaven. Und wir wollen jetzt von Sebastian Schäfer wissen, erstens, was ist das Geile an einem Sommerzeltlager? Und zweitens, ist das nicht tatsächlich schon aus der Zeit gefallen? Moin, Sebastian, wie geht's dir? Moin, Matthias, mir geht's gut soweit. Danke dir für die Einleitung. Genau, ob das Thema Zeltlager schon aus der Zeit gefallen ist und was wir da eigentlich die ganze Zeit anstellen im Sommer. Superspannende Fragen. Und auf der einen oder anderen Seite, klar, wir fahren schon länger ins Zeltlager und nicht erst seit gestern. Ich selber bin das erste Mal 2007 bei uns mitgefahren und so bin ich auch zum Zeltlager gekommen und bin jetzt ja wahrscheinlich schon 15 Jahre etwa dabei. Und das Zeltlager gibt's schon über 50 Jahre, aber genau, es hat sich natürlich über die Zeit verändert und worum geht's eigentlich beim Zeltlager? Beim Zeltlager soll's ein bisschen darum gehen, einfach mal rauszukommen aus dem Alltag, mal ein bisschen was anderes zu machen. Ich kenn's selber auf der Arbeit, in der privaten Zeit. Ich häng einfach viel am Handy, ich häng viel am Bildschirm irgendwo. Und einfach mal zu sagen, was können wir eigentlich außerhalb vom Bildschirm noch machen? Einfach mal ein bisschen zwei Wochen abschalten, die Welt sein lassen und ein bisschen Spaß haben mit Freunden, neuen Leuten und einen geilen Sommer am See genießen. Hört sich aber total spartanisch an. Zelt, Luftmatratze, heiße Nächte, heiße Tage, kaum eine Dusche gesehen, das ist irgendwie, das ist doch Stress, das ist doch keine Erholung. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, das stimmt, auch wenn wir das Ganze ehrenamtlich machen, aber es gehört ein bisschen Arbeit für uns dazu. Für die Kinder, glaube ich, ist es aber immer eine supergeile Zeit und für mich damals als Teilnehmer war es auf jeden Fall mehr Erholung, eigentlich keine Verpflichtungen. Die einzige Verpflichtung, die man wahrscheinlich hat, ist zu den pünktlichen Essenszeiten, wann auch immer das am Tag sein mag, beim Essen zu sein. Aber da freuen wir uns alle immer drauf. Wer darf mitmachen? Kinder im Alter von bis? Von 8 bis 17 Jahren. Wo fahrt ihr genau hin jetzt im Sommer? In diesem Sommer, wir fahren eigentlich immer in die Richtung Emsland und in diesem Sommer geht es an den Erikersee in der Nähe von Esterwegen. Das sind circa anderthalb Stunden mit dem Bus und da fahren wir genau aus Brümmerhaven von der St. Ansgar Kirche los in Lehrheil. Und ihr übernachtet in großen Zelten auf einer Luftmatratze? Genauso ist es, ja. Wir haben immer, es sind wahrscheinlich dieses Jahr so um die 13 Zelte mit Kindern und Gruppenleitern, Gruppenleiterinnen. Und im Zelt sind immer zwei Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen mit dabei. Und eben je nachdem, wie viele Leute mitkommen, wie sich das aufteilt nach Mädchen, Jungen und so weiter, immer so, ich sag mal so sieben bis zehn Leute in einem Zelt. Und da entsteht dann über die zwei Wochen noch immer eine gute Zeltgemeinschaft. Da lernen sich neue Freundschaften kennen. Und auch bei mir gibt es immer noch Leute, mit denen ich von damals immer noch in Kontakt bin, die ich eigentlich nur über das Zeltlager kannte. Da sind doch bestimmt auch Kinder dabei, die sagen, oh, wie ätzend. Ich habe kein eigenes Zimmer, kein Rückzugswort, dann so ein blödes Zelt. Stickig ist es und wenn es dann regnet, werde ich vielleicht auch noch nass. Wie könnt ihr diese Kinder, diese Jugendlichen begeistern? Genau, also auf jeden Fall gibt es richtig coole Aktivitäten, die wir machen. Wir machen die unterschiedlichsten Sachen während des Zeltlagers. Und klar, regnet es leider auch mal, aber auch da finden wir irgendwie coole Sachen, die man machen kann. Specksteine schleifen, Freundschaftsbänder knüpfen und so weiter. Aber auch wenn das Wetter gut ist, haben wir die unterschiedlichsten Aktivitäten. Wir haben einen See direkt vor der Tür, indem wir baden gehen. Wir fahren einen Freizeitpark. Wir machen Spiele im Wald, Sportspiele und so weiter. Also ich glaube, da gibt es für jeden was zu tun. Und dazu haben wir auch ein bisschen Freizeit, bei der man sich auch, wenn man drittsdorf hat, auch mal eine ruhigere Ecke des Lagerplatzes zurückziehen kann. Aber ganz ehrlich, es ist doch bestimmt schwieriger geworden, in diesen Zeiten Kinder dazu zu begeistern, mitzufahren, als das früher noch der Fall gewesen ist, oder? Ja, auf der einen Seite schon, zumindest sie anfanglich davon überzeugen. Ich würde sagen, wenn sie einmal mitgefahren sind, haben wir oft den Fall, dass sie sagen, ich will nächstes Jahr wieder mit, ich freue mich aufs Zeltlager. Und einfach zu sagen, es geht wieder los, auch bei uns die Vorfreude. Obwohl ich natürlich auch für mich, ist es total komisch zu sagen, hey, ich lege jetzt zwei Wochen mal mein Handy weg. Also für Notfälle und so brauchen wir es natürlich. Aber davon abgesehen zu sagen, hey, ich tauche jetzt einfach komplett in die Zeltlagerwelt ein. Und unter uns haben wir auch immer die Regel, auch in Vorbereitungstreffen und so weiter. Wir sind jetzt hier mit unserer Gruppe und packen das Handy einfach mal zur Seite. Aber ich stimme mir komplett zu, es ist schwieriger geworden, mit Playstation, anderen Urlauben, anderen Events, die einfach stattfinden, zu konkurrieren und da auch zu sagen, hey, wir bieten was ganz anderes. Aber wenn man einmal dabei war, würde ich sagen, gibt das immer eine richtig coole Geschichte danach. Aber hundertprozentig ist es doch so, dass ihr immer eine Smartphone-Kontrolle macht. Ich gehe davon aus, dass bestimmt der eine oder andere dabei ist, der sein Smartphone in der Socke mitschleppt oder im Kulturbeutel oder sonst wo. Gibt es diese Kontrollen? Achtet ihr da penibel darauf, dass die Smartphones zu Hause bleiben? Genau, das ist tatsächlich die Regel, dass Smartphones oder auch Nintendo Switch oder was auch immer es noch alles geben mag, nicht mitgenommen wird. Aber es kommt hier und da natürlich trotzdem vor, dass jemand was mitbringt. Wenn wir es sehen, ziehen wir es ein, dann gibt es am Ende vom Zeltlager zurück. Aber wir wollen einfach nicht, dass wir alle nebeneinander sitzen und an unserem Handy sitzen und so weiter. Und ja, wenn wir es dann doch erwischen, dann ist es leider für die Zeit des Zeltlagers erst mal weg und wird bei uns dann sicher verwahrt. Es hört sich wirklich nach einem spannenden Urlaub an. Und ich glaube, die Kinder, die nehmen auch sehr, sehr viel mit dann nach Hause. Was ist denn so das Feedback, was von den Kindern und Jugendlichen kommt, wenn sie denn wieder zu Hause sind? Ja, komplett gemischt. Also einfach zu sagen, also gemischt im Sinne von, von was erzählt wird. Aber durch die Bank weg würde ich eigentlich sagen, sehr positiv. Dass man sagt, hey, ich habe es am Anfang gar nicht gedacht, dass es so eine coole Zeit ist, einfach nur draußen zu sein. Und dass man sagt, hey, wir essen immer zum Beispiel in unserer Runde mit unserem Teller auf den Oberschenkeln. Und dass man dann wirklich zu Hause anfängt, danach den Oberschenkel zu essen. Aber wirklich zu sagen, hey, wir waren im Freizeitpark, wir waren schwimmen, wir waren im Wald rumrennen, wir haben uns verkleidet, wir haben uns angemalt, ich weiß nicht, was auch immer. Und haben so viele schöne Erinnerungen mitgebracht und auch ein Freundschaftsband für einen Freund oder eine Freundin zu Hause geknüpft und so weiter. Also ich glaube, da gibt es wirklich viele, viele Sachen, die wir da über die Zeit machen. Und unter den 100 Kindern sind auf jeden Fall immer neue Freundschaften, die sich finden, würde ich sagen. Und meine, seine bestehenden Freunde kann man ja auch mitbringen. Also die Kinder sind doch zu begeistern für solche Sachen, wo man das eigentlich gar nicht glaubt, dass das so ist. Ja, das würde ich schon sagen. Man sieht es auch immer daran, wenn man sich nach dem Zeltlager treffen wird, es immer noch mal wieder, so gegen Herbst. Und zeigen einen Film vom Zeltlager, der immer entstanden ist, dabei. Das sind immer schöne Momente, in denen man noch mal zurückgucken kann. Und auf der anderen Seite dann auch zu sagen, hey, ich möchte nächstes Jahr wieder mit. Ich unterschreibe direkt die Anmeldungen und ich habe Bock. Und das Singen am Lagerfeuer abends. Und diese Kleinigkeiten, die man irgendwie in Erinnerung behält, das sind gar nicht, glaube ich, dieser eine große Moment, sondern das Gefühl im Zeltlager auch mal, hört sich doof an, vielleicht auch mal zwei Wochen von seinen Eltern weg zu sein. Und für viele ist es einfach das erste Mal, zwei Wochen lang nicht zu Hause in der Nähe der Eltern zu sein. Man hört ja immer wieder, wenn man sich mit Lehrerinnen und Lehrern unterhält an den Schulen, viele verhaltensauffällige Kinder, Kinder, die lärmen, den Unterricht stören, undiszipliniert sind, ich sage mal hibbelig sind, ich fasse das mal ganz allgemein zusammen, so oberflächlich sicherlich, wenn man das aus Sicht eines Pädagogen sieht. Aber die Probleme sind da und sind bekannt. Ihr habt es ja mit diesen Kindern und Jugendlichen möglicherweise, und das ist ja sehr sicher auch, auf euren Zeltlagerfahrten zu tun. Ist das nicht eine besondere Stressherausforderung? Und was tut ihr gegen diese verhaltensauffälligen Kinder, wenn sie denn mit dabei sind? Wie könnt ihr die integrieren? Weil die können ja auch die Gruppe sprengen. Ja, das ist ein gutes Thema. Das sind Themen, auf die wir uns vorbereiten. Wir haben einen Julika-Kurs gemacht, das ist eine Ausbildung oder ein Kurs, über zwei Wochenenden geht der für Jugendgruppenleiter. Und da wird man eben auf solche Situationen unter anderem vorbereitet. Natürlich ist das nicht der Generalschlüssel oder die Generallösung für alle Probleme, Herausforderungen, was es auch immer über die Zeit gibt. Aber ich glaube, da gibt es dann auch mal eben die Möglichkeit, zu versuchen, sich mit so einem Kind, wenn es so eine Situation gibt, mal in ruhigen Ecke zurückzuziehen, mal zur Seite zu nehmen, mal zu schauen, was ist eigentlich los? Und dann zu schauen, findet man da auch eine Lösung, einen Kompromiss. Genau. Aber es sind bestimmt auch herausfordernde Situationen dabei. Die gehören dazu. Die gehören dazu. Und man muss sich ja auch dann Aufgaben stellen. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Und ich glaube, das kriegt ihr da sehr, sehr gut hin. Am 27. Juli geht es los. Bis zum 10.8. seid ihr unterwegs. Wie viele Plätze habt ihr noch frei? Viele oder eher weniger? Wie ist so die aktuelle Buchungslage? Genau. Ein paar Plätze sind tatsächlich noch frei, aber gar nicht mehr so extrem viele. Dafür, dass es jetzt nicht mehr so lange hin ist. Wir sind immer so um die 100 Kinder, die mitfahren. Und aktuell sind wir bei etwas über 80 Anmeldungen. Also so um die 20 Plätze sind noch frei. Also wenn ihr Interesse habt, kommt gerne mit. Ihr findet uns unter zeltlager-bremerhaven.de. Da findet ihr mehr Informationen und findet da auch direkt online die Anmeldung. Hinweis noch auf eine Frage oder Service-Info für die Eltern. 290 Euro ist der Preis für ein Kind. Das ist ja erstmal eine Summe Geld. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie an Fördermitteln, an Unterstützung heranzukommen, wenn man möglicherweise aus einem Haushalt kommt, wo eben das Geld nicht so flüssig und gut vorhanden ist? Genau. 290 Euro sind in der heutigen Welt ganz schön viel. Und auch bei uns ist es über die Zeit leider etwas teurer geworden. Aber da ist einfach alles mit drin. Von Freizeitpark, alles Essen ist alles mit abgedeckt. Die Busse zum Freizeitpark, zum Zeltlager und so weiter. Aber ja, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wenn man sagt, hey, wir würden unser Kind da gerne mitschicken. Ich möchte gerne mitkommen, aber meine Eltern oder wir können es das einfach nicht leisten. Dann gibt es eben Möglichkeiten über Bildung und Teilhabe zu sagen, ich kann bei der Stadt oder beim Landkreis Zuschüsse beantragen. Auch dazu gibt es auf unserer Website Kontaktdaten zu unserem Zeltlagerbüro, das immer mittwochs nachmittags geöffnet ist. Da kann man sonst einfach mal anrufen und nach Informationen nachfragen. Da helfen wir auch gerne beim Ausfüllen der Anträge. Jetzt könnte man ja denken, Bund der deutschen katholischen Jugend, ich muss Mitglied in der katholischen Kirche sein. Ist aber, glaube ich, nicht so. Guter Punkt. Ja, ist tatsächlich nicht so. Ich glaube, also ich bin selber nicht Mitglied der katholischen Kirche und ich bin auch selber aus der Kirche ausgetreten tatsächlich. Wenn ihr Mitglied der katholischen Kirche seid oder auch nicht, ist es komplett egal. Alle sind herzlich willkommen. Komplett egal, welche Glaubensrichtung. Keine Glaubensrichtung. Und genau, also das spiegelt sich hier und da im Zeltlager nur so weit wieder, dass wir immer ein Zeltlager-Thema haben, unter dem das Ganze steht. In einem Jahr war es zum Beispiel das Thema Freundschaft, wo wir hier und da ein paar Spiele zu machen und einfach zu schauen, hey, was bedeutet Freundschaft eigentlich für mich? Und arbeiten die Themen hier und da ein bisschen spielerisch, aber das sind, glaube ich, auch Themen, über die man sich ganz gerne mal Gedanken machen kann. Ich bin jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen. Sommerzeltlager, Stockbrot, Lagerfeuer, Nachtwanderungen, die erste große Liebe vielleicht auch finden, wenn man Kind ist und Jugendlicher. Das ist ja auch romantisch durchaus. Gibt es das auch für Erwachsene? Ja, schwierig. Also wenn man 17 schon als Erwachsenen zählt, dann ja. Sonst müssen wir mal schauen. Ja, ist das nicht denkbar, so ein Zeltlager auch mal zu machen für Erwachsene, die runterkommen wollen? Vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken. Matthias, wir können uns mal zusammensetzen und wir schauen mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, grundsätzlich ist das nicht mal jetzt, es ist natürlich jetzt erstmal gesponnen, aber ist das nicht denkbar, dass sich auch mal Erwachsene sagen, komm, wir gehen mal eine Woche, machen mal eine Auszeit, ganz spartanisch und machen so ein bisschen, ich sag mal, aller Fahrtfinder so ein bisschen draußen. Genau, also auf jeden Fall in unseren Vorbereitungswochenenden, da kommen wir immer zusammen in der Gruppe von unseren ca. 30 Betreuern, Köklern, also die für uns kochen und so weiter in der Leitung. Und das ist auch immer eine spannende Zeit, uns zu sagen, das ist ein bisschen so wie Zeltlager ohne Kinder, sage ich jetzt einfach mal. Und ruhig in der Abend noch mal zusammensitzen, auch im Zeltlager, Stockboot ist dabei, du hast es angesprochen, die Nachtwanderung ist dabei. Wir haben auch in der Vergangenheit abends schon mal ein Beamer aufgebaut und einfach draußen uns mit 100 Leuten hingelegt und draußen auf unserer Matratzen Filme geguckt. Also auch das ist schon mal passiert, auch wenn man sich das Zeltlager so ganz weit weg von der Technik vorstellt. Aber ja, auch ich wünsche mir manchmal das Zeltlager außerhalb der Sommerferie zurück. Sehr schön, also du hast uns Appetit gemacht, wir machen jetzt ein bisschen Werbung für euch. Alle Informationen zum Sommerzeltlager findet ihr in unserem Artikel hier zum Video, also alle Informationen, die ihr braucht, wo ihr euch anmelden könnt, wie teuer das ist, alle Infos. Und sonst, wenn ihr noch Fragen habt, schaut euch einfach dieses Video nochmal rückwärts an oder von vorne, dann könnt ihr nochmal alles sehen. Danke dir, Sebastian, alles Gute für dich und ich bin schon voller Vorfreude und ich hoffe, es melden sich viele an. Danke dir und auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Danke dir, Matthias, ciao. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020